Kei-Ti am Anfang, Wendung, die Nase schützen, Vogelschwanz, Einfache Peitsche, Mabu, Schulterstoß, Hahn zur Mitte, Kranich-Bewegung, Gumbu nach vorne, Schwerpunkt, aufrichten. Talie dreht zur Seite, Kranich-Bewegung, der Kranich glänzt mit den Flügeln nach oben. Und Abschluss. G singt ins untere Dantien. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und er drängt in meine Richtung, drängt in meine Richtung. Dann mache ich hier den Weg frei. Jetzt zum Beispiel, er klebt umgekehrt, er klebt hier an mir. Und er wäre jetzt hier irgendwie stabil, dann muss ich mich nochmal von ihm lösen. Dann könnte ich hier zum Beispiel Hammerschlag. Das ist artmöglich, dass ich ihn hier so mit meinem Unterarm beirolle. So, Handhebel. Gut, ne? Gut, ne? Okay, man, okay, man.